Moin Moin, wie man hier bei uns im Norden sagt. Ich bin Sven Brencher. Ich lebe an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein, genauer gesagt in Eckernförde. Ich produziere Erklärfilme und bin als Adobe Creative Cloud Trainer im deutschsprachigen Raum unterwegs. 1996 habe ich während der Ausbildung zum ersten Mal mit Photoshop, damals in der Version 3, gearbeitet. Und als ich dann ungefähr um die Jahrtausendwende bei Adobe als freier Mitarbeiter angefangen habe, ist es dann immer mehr passiert, dass ich eben auch Trainings und Seminare angeboten habe. Klar kann ich auch was über meine Hobbys verraten. Tagsüber trainiere ich Creative Cloud und abends und in meiner Freizeit dann Karate. Mittlerweile, ich mache das schon seit meiner Jugend, haben wir letztes Jahr den schwarzen Gurt bestanden. Ich habe 1996 angefangen mit Adobe-Programmen zu arbeiten. Damals war es Photoshop in der Version 3. Heute benutze ich nahezu alle Adobe-Programme, aber mein Lieblingsprogramm ist After Effects, das ich wirklich täglich auch verwende. Welches Feature ist das Beste? Das ist bestimmt eine ziemlich lange Liste, aber es fing damals an mit dem inhaltsbasierten Fläche füllen. Da kamen so zum ersten Mal Intelligenz in die Programme rein. Mittlerweile gibt es automatische Motivauswahlen und vieles mehr, was meine Arbeit auch beschleunigen kann. Ich benutze das Wacom-Tablett beinahe bei allen Aufgaben auch zur Navigation in allen Programmen. Aber besonders hilfreich ist es natürlich bei Dingen wie Maskieren in Photoshop, wo es wirklich auf Präzision ankommt. Den Vorteil vom Cintiq 16 sehe ich darin, dass es gerade für Einsteiger viel leichter ist, den Umgang mit Stift und Tablett zu lernen. Man hat durch den integrierten Bildschirm eine direkte Eingabe und sieht sofort, was auf dem Bildschirm passiert. Das war damals, als ich mit dem Intuos angefangen habe, noch deutlich abstrakter und schwieriger. Das Cintiq 16 nutzt den gleichen Stift, den Wacom Pro Pen 2, wie auch das Intuos Pro Tablet. Beim Intuos Pro Medium überzeugen mich die Touchfunktionen und dass es kleiner und mobiler ist. Auch über Bluetooth ist eine Verbindung, sodass ich wunderbar auch mobil damit arbeiten kann. Auf dem Intuos Pro habe ich darüber hinaus noch diverse frei konfigurierbare Express-Keys. Es ist natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, mit dem Intuos zurechtzukommen, wenn man zum ersten Mal ein Tablett benutzt. Und wenn ich unbedingt Wert auf mobiles Arbeiten lege, für den ist vielleicht auch aufgrund des günstigen Einstiegspreises das Cintiq 16 dann eher zu empfehlen. Wie arbeite ich selbst in zehn Jahren oder darüber hinaus? Ich glaube, ich kann mich in Zukunft auch wieder mehr auf meine Kreativität fokussieren. Die Programme werden mir immer mehr abnehmen, Services werden intelligentere Entscheidungen treffen und ich kann einfach das machen, was ich machen möchte, kreativ arbeiten. Ist da Luft für Vakuum-Eingabegeräte? Ich glaube schon, weil es wird immer mehr auf Haptik ankommen und wie auch immer Eingabegeräte in der Zukunft aussehen werden, ich glaube, sie fühlen sich noch mehr an wie das, was wir aus der Vergangenheit kennen, nämlich echte Pinsel oder echte Bleistifte.